Jesus ist verhaftet worden, das ist ganz schön unheimlich, was hier so gerade passiert. Was passiert wo mit Jesus jetzt? Zum Glück kann ich mich hier ein bisschen wärmer am Feuer. Ey du, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Ich? Ja, du bist doch der Petrus oder? Dich habe ich doch mit Jesus zusammen gesehen. Ne, ich kenne diesen Jesus nicht. Du bist doch Petrus, oder? Ja, genau so heiße ich. Warst du nicht mit Jesus unterwegs? Ne, ich kenne Jesus nicht. Kikriki! Was ein Glück, dass wir hier so ein schön wärmes Feuer haben, oder Petrus? Ey, woher kennst du mich? Ja, ich kenne dich doch von Jesus. Du warst doch derjenige, der bei den Heilungen mit dabei war und bei diesen ganzen Wundern. Ich? Niemals! Kikriki! So ein Mist. Jesus hat es gesagt. Ich sollte ihn dreimal verraten, wenn bis der Hahn dreimal kräht. Jetzt bin ich auch eine Essiggurke. Bis zum nächsten Mal.